Ladies and gentlemen, hallo und herzlich willkommen hier zum aller allerbesten Format auf YouTube. Mein Name ist Robby Spiel und ich begrüße euch ganz ganz recht herzlich zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft. Und wir verzaubern uns mal eine Lippig-Axt. Ich meine irgendwo noch Stecker, aber ich will mir nicht erst welche Kraften. So, perfekt. Ich wollte gerade sagen, einmal mit Profis arbeiten. Dann hätte ich mich selber angeschissen. Das hat man ja gemacht. Bam, und bam. So, dann was brauchen wir noch. So, dann machen wir mal gucken, was wir so rausbekommen. Ne, war? Dann würde ich sagen, so wie funktioniert denn das neue? Die Spickhackereien. Das ist La, bis La, zu mir rein. Haltbarkeit 3. Okay, das klingt zwar sehr, 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 sehr gut. Und was haben wir mal gekriegt? Effizienzglück 2. Perfekt und Haltbarkeit. Ja! Besser geht's doch gar nie. Ey, das ist geil. Obwohl. Naja, gut. Aber okay, mit Glück. Ja, aber eher hätte ich dann... Na gut, eigentlich ist das ja scheißegal, oder? Ne, aber das ist perfekt. Super. Ja, das ist... Toll. Das ist gut so. So, wir rüsten uns aber erstmal aus für Le Hülle. Wir haben noch nicht viel Eichenholz hier. Hohohoho, so. Auch ein bisschen. Bisschen nur. So, die Axt ist um jetzt fertig auf ihre Tage. Ähm, was brauchen wir denn noch so schönes? La, bis la, zu lieben, lecken wir dann ganz gleich mal raus. Das war bis la, zu lieben, die auch. Und machen wir uns dafür lieber mal ein paar Fackeln. Da fackel ich nun nicht gar nicht lange. Und so ein bisschen Eisen ist ja... Oh, ne, verkehrt, ne? Ein bisschen Eisen ist nie verkehrt, ne? So. Und zwar, zack, haben wir uns mal hier ein paar Fackeln. Und könnten eigentlich rein theoretisch haben wir wirklich alles nochmal durchgehen. Also. Schwerter, Spitzhacken, Schaufeln. Schwerter, Spitzhacken, Schaufeln, ne Axt. Äh, haben wir alles mit, haben wir alles mit. Haben wir noch irgendwo ne Craftingbank über. So, nein. Ähm, aber ne Kiste haben wir hier noch. Die kommt hier rein. Irgendwo haben wir noch vier Kisten rumfliegen. Irgendwo haben wir noch ne Kraftding. Aber keine Kraftding. Wir haben hier noch vier Kisten rumfliegen. Sieben Kisten hier. Und ich klau mir jetzt einfach mal hier so ein bisschen. Einmal drei, drei, vier. Und dann mach ich nur fix in der Werkbank, die wir uns schön mitnehmen. Und dann begeben wir uns jetzt Richtung, ähm, Minus 1061, 31 und, ja, zumindest in die Richtung hin. Da wir sind immer, wir sind immer noch Level 39, Alter. Ja. Ey, du Kage. Das ist ja mal. Da gibt mir nur ein bisschen Laveslätze, die habe tun dann mal. Da können wir ja. Bisschen gerne mal ein Schwert. Und nur eine Spitzhacke mit, halt, nee, mit Dings wäre ganz gut. ansonsten spannen uns das mal lieber für unsere rüstung aber das kann aber noch wir haben so viele level das mit dem zaubern ist zwar gut und schön aber ja gut 2 und kommen jolo und schärfe 3 ok für sich nicht was gut ist glück 3 ist gut ok glück 3 und effizienz ja ok kommen wir haben so viele wir können eigentlich einen scheiß verzauern hier rückstoß 2 und haltbarkeit 3 und mit verbrennung zu ja nicht schlecht warum kann ich das bloß auf level achso wenn wir keine 30 jahren haben wir haben wir hier effizienz machen wir auf die mal drauf und glück 1 und haltbarkeit 2 sind es super axt naja gott ob die super ist wäre schnurne aber effizienz haltbarkeit 2 naja gut effizienz 3 ja das müssen wir machen wie spät ist denn das 6 minuten verdammt scheiße haltbarkeit 1 machen wir drauf und ich komme sofort mutter ich komme sofort mutter und schuss sicher und ja hier könnte man vielleicht federfall und ja ein scheiß verzauberlehe so wie spät sind denn sieben minuten ich würde die folge wenn dann machen wir zwei kurze folgen dann eine vorbereitungsfolge nehmen wir die mal mit die glück 3 oder die glück 2 nehmen die glück 3 auch mal mit n nimm dir kredi mit er will das sind die mal hier mit und genug noch mal sicher und wir sehen uns in der nächsten folge leute denn ich muss das mal fix los also sehen wir uns in der nächsten folge von der zählen wird also bis dahin machte oder macht's gut leute haut rein tschau tschau